Nö, ist doch wieder irgend so ein Typ. Was ist das hier? Ganz komische Geräusche. Ich höre Ketten rasseln und... Hä, spukt sie oder was? Ich sehe schon wieder dieses Geräusch. Ach, das ist der Aufzug da. Ah, ja, das könnte es auch sein. Aber ich würde hier gerne, wenn ihr nichts zu geben habt, würde ich hier gerne. Ich würde hier gerne mal speichern können. Weil, weil wir mal speichern, Alien Isolation ist doch immer toll. Freut man sich doch immer, wenn man speichern kann. Vor allem, wenn man gerade schon wieder so viel erledigt hat. Hier kann ich mich verstecken. Machen wir sicherheitshalber mal. Weil so laut wie die ist, muss das Alien eh in den nächsten zwei Sekunden erscheinen. So laut wie die immer die Tür noch macht. So, ich gönne mir mal was zu trinken. So, ich höre das doch die ganze Zeit durch die Lüftungsschächte kriechen. Die ganze Zeit. Und wie oft habe ich diesen Satz schon gesagt. Okay, wir gehen mal raus. Und genau jetzt kommt es doch. Eine Map. Ja, 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 ja. Okay, hier unter dem Bedline könnte ich mich verstecken. Okay, dann checken wir mal die Map. Ah, wir sind fast da. Gut. Speicherpunkt. Ja, ist eh unnötig. Braucht ja keiner. Hier, schauen wir mal in der Stromanlage. Leiten Sie die Sonne. Okay, Vakurierungsverfahren einleiten. Okay. Ah, hier. Benutzen wir den mal. Okay, okay. Hier liegen allerlei Zeugs herum. Ich habe er nicht aufmachen kann oder so. Okay. Hier ist irgendwas über uns. Ja, ich glaube, das Alien ist hier gerade irgendwo rausgegangen. Aha, aha. Boah. Ich habe solchen Schiss hier in Lüftungsschichten. Das ist direkt über uns. Oh, shit. Das ist hier direkt über uns. Da drüben. Da drüben ist es, Leute. Wenn ich da aufmache, bin ich tot. Wir gehen mal wieder zurück. Weil ich will dem nicht begegnen. Okay, wo ist es jetzt? Ich höre es zwar noch, aber... Ja. Jetzt rechts. Jetzt ist es direkt über uns. Ja, ja. Direkt da ist es. Boah, ich kann jetzt hier nicht raus. Okay, es ist es da. Könntest du... Nö. Das steht hier nur. Das steht hier nur so. Das steht hier. Oh. Da will ich nicht bleiben. Okay. Ach, hier. Okay. Wohin führt es hier? Nirgends. Okay, hier wäre eigentlich so ein guter Spot, um sich zu verstecken. Okay. Okay, ich glaube jetzt... Das ist gerade den Schacht rein. Boah. Haben wir maßen. Boah, war das jetzt Glück. Wir lassen noch ein bisschen zu. Das wartet da direkt. Das tropft da Schleim. Oh, fuck. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Du könntest jetzt raus... Nein, 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 nein. Aber wo war ein Leuchtfackel? Blendgranate, MP. Vielleicht bringt die Leuchtfackel was. Vielleicht bringt die was. Was wir hier aufmachen. Oh. Okay, das hat sie jetzt gehört. Ja, 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 ja. Das ist gut. Das ist gut. Das. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Bitte nicht hier. Oh, verdammt. Verdammt, das war... Habt ihr den Glibber da gesehen? Das hat da oben schon gewartet. Nur, dass diese Tür... Nur, dass ich diese Tür aufmache, hat es darauf gewartet. Okay, wir gehen hier rein. Da drüben, da drüben. Okay. Ich will jetzt hier kein Risiko eingehen. Direkt über uns. Ich mein, okay, kann schon sein, dass das Let's Play vielleicht an manchen Stellen langweilig ist jetzt. Aber... Ich will jetzt hier nicht einfach, dass das Alien mich erwischt. Wo sagt er? Wo ist es? Wo ist es? Boah. Das Schlimme ist ja nicht mal das Erschrecken. Das Schlimme ist dann, dass man einfach den gesamten Fortschritt verliert. Kannst du jetzt bitte wieder einen Lüftungsschacht hoch? Ist es jetzt hoch oder nicht? Jetzt ist es, glaube ich, hoch. Wir wagen einen Blick. Ja, ich glaube, jetzt ist es hoch. Der Typ ist tot. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal hoch. Wir nehmen einfach alles. Und wir gehen jetzt hier durch. Wir gehen jetzt einfach durch. Das hier nehmen. Joa, das bringt aber nicht sehr viel. Oh, verdammt. Hier. Boah. Das ist direkt über uns. Das gibt's doch nicht. Jedes Mal. Okay. Ach, wir sind hier falsch. Okay. Wir müssen hier zurück. Und hier rechts rein. Das gibt's doch nicht. Oh, hier. Schrott. Nein, nimm Inventar voll. Okay. Hinten werden Term... Terminal. Nein. Nein. Das Risiko gehe ich nicht ein, ey. Das Risiko gehe ich nicht ein. Oh, hier wäre wieder sowas zum Zumachen. Okay. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Ähm. Hier werden Lüften... Okay. YOLO. Ja, jetzt schauen wir, dass das jetzt hier einfach mal nicht zu sehen. Ähm... Nicht zu sehen. In dieser Einlage sind Synthetenkrankenpfleger tätig. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgt werden wollen, helden Sie das mit uns. Okay, hier... Mäh... 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 Nö. Freigaben sehe ich auch nichts. Audio... Das ist Fehler. Okay. Nimm uns das mal an. Molly, Lingard hier. Die Marshals wollen, dass wir jetzt nach dem Vorfall die Krankenstation absperren. Wir schicken ein Team, um herauszufinden, was die Patientin eingeschleppt hat. Ich habe ihnen gesagt, dass es schnell war. Aber sie scheinen überzeugt, dass sie es einfangen können. Sie haben Netze. Ich werde draußen ein vorübergehendes Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando. Lassen Sie Kuhlmann nicht rein, was er auch sagt. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass er sich in Gegenwart von Marshall Waits medizinisch selbst versorgt. Ja. Schnellampen, Batterien, alles gut, alles gut. Da habe ich gerade gelesen, Sprengkapsel. Wahrscheinlich für den Molotow. Oh, den könnten wir sogar bauen. Rohrbombe. Das klingt noch interessanter. Okay, wenn wir einen Geräusch machen, brauchen wir einen Donut und eine Rasierklinge. Da brauchen wir zwei Rasierklingen. Was brauchen wir denn? Eine Batterie. Zwei Rasierklingen, zwei Donuts. Und wie viel habe ich? Ach, Sensor sind das. Und... Irgendwas. Keine Ahnung. Okay, aber das könnten wir bauen. Bauen wir mal. Ja. Und was brauchen wir für einen Molotow? Okay, da haben wir ihn nicht mehr. Genau, guck. Für den Geräuschmacher tue ich mir jetzt einfach mal hier die zwei Dinger einspeichern. Und ein Ladungspack brauchen wir noch. Also. Eine Batterie. Man, das ist ja... dasselbe. Ladungspack und Batterie. Okay, ähm, wo müssen wir nochmal hin? Geradeaus und dann rechts. Geradeaus. In den Planet Room. Okay. Oh, oh, oh. Oh, das kenne ich. Das habe ich schon mal aus einem Gameplay Trailer gesehen. Ah. Jetzt fällt es mir gerade auf. Ich höre einen Speicherpunkt. Yes. Okay. Okay, du fasst... Er ist da drüben. Okay, 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 okay. Wir sind hier aber... Da wäre ein Lüftungsschacht. Okay. Gefahr ist nah. Oh. Der Speicherpunkt. Er hat mich noch nie enttäuscht. Und wenn ihr sagt, Gefahr ist nah, dann speichern wir nicht. Wobei wahrscheinlich die Gefahr schon weg ist. Aber ich will den Rad eine Speicherpunktsicht ausschlagen. Also warten wir noch ein bisschen. Okay, ich sehe nichts. Okay, okay. Was sagt er denn jetzt? Noch immer Gefahr ist nah. Wir speichern jetzt einfach mal. Und bitte komm jetzt nicht. Bitte nicht. Ja. Ja. Ja, geschafft. Ja. Okay. Okay, 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 okay. Weiß das? Ach, ein, ein... Äh, Generator. Hier kommen wir nicht durch. Was haben wir nicht durch? Ach, wieder so'n... Was weiß ich? Zylinder-Ding. Oh, fuck. Da ist es. Da ist es, da ist es. Da wartet es, dass irgendein Opfer drunter, äh, hindurch geht. Okay, okay, okay. Hier war auch einer. Oh, verdammt. Hier sind zwei Lüftungsschächte. Oh, verdammt. Ich weiß ja nicht, ob jetzt... Ob das klug wäre, den Generator jetzt zu aktivieren? Och, jetzt kann ich nur sehen. Oh, weiß auf jemanden. Nein!